Oh! Ich lauf mal hier lang. Mal gucken, wo ich da rauskomme. Hoffentlich irgendwo, wo es ein bisschen sicherer ist. Sicherer! Das ganze Gas habe ich ausgemacht hier. Arschlecken, wo laufe ich denn hier lang? Ich laufe doch wieder zurück, oder? Ich laufe ganz weit zurück. Ja, toll. Bin ich hier, Abfallbehörde. Ja, von da kam ich zuerst rein. Oh! Aha! Aha! Sehr schön. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Total unnützig, hier lang zu gehen, aber egal. Tja, wie mache ich das jetzt? Wie soll ich denn die Zweile ausschalten? Ohne dabei zu krepieren? Toll! Soh, jetzt muss ich einfach nur schnell sein. Hm. Zutra!! Zutra! 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 aber ich muss ja hier irgendwo hoch oder oder nicht oder ist hier noch irgendwie was ist nicht da unten reiniger was ist okay machen wir das anders anziehen abstoßen anziehen schnell hoch so jo jo habe ich die da unten auch noch erledigt oder nicht hier Boah, war das. Gut, dann folgen wir jetzt mal Joker noch schnell. Komm schon, geh doch, geh doch, geh doch, geh doch. Machst du jetzt mal? Hochklettern? Dankeschön. So, was sagten hier mein Dingens? Womens, gelöst. Ich frag mich, wie ich da unten hinkomme, ne? Tja, was will ich das noch irgendwie hinkriegen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Was auch immer Protokoll 10 ist, ne? Hallo! Hä? Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch mal sie. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Hä? Du kannst mir gar nichts beibringen, Jogger. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute, Lektion 1, den Arsch vor Sohl zu bekommen. Es gibt Haube! Oh oh, muss ich jetzt gegen Joker kämpfen? Nur du und ich. Bitte, aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Hä? Sekunde, sagte ich mich? Ich meinte mich? Und diese Jungs? Was? Was geht's los? Du wirst hier sterben bis Geburt. Gehupp! Du wirst ihn mitge Gh Trauben besuchen. Stopp! Ach? Sie? Sie'M? Sie? H!! Wer bitte pack! Äh, ja, weiter geht's. Ich wurde gerade wieder unterbrochen. Ich musste mich gerade mal hier vernünftig hinsetzen. Komm schon! Au! 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 Ich muss... Nein! Nein! Okay! Leute! Oh, Betz! Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe! Ja, ne? Zum Sterben gut! Äh, 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 ja. Um Gegner auf andere Gegner zu wenden, ne? Ähm. Nein, ich werde jetzt das verlassen. Es reicht erstmal für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, äh, dann kloppen wir Joker das ordentlich mal. Was ich mich natürlich frage, ist, ob er denn wirklich jetzt noch krank ist oder ne? Aber da sehen wir beim nächsten Mal, Leute. Tschüss! Und, äh, auf Wiedersehen!